Der Preisalarm des Tages. Ja und auch heute ist die Nachfrage schon wieder riesengroß nach unserem Preisalarm des Tages. Kein Wunder, es ist ein perfektes, für mich perfektes Müll-Trennsystem. Kurz zum Preisalarm des Tages. Tagesaktuell bekommen wir Sonderkontingente der Hersteller und den Preisvorteil möchten wir Ihnen eins zu eins weitergeben. Natürlich nur tagesaktuell heute und nur solange der Vorrat reicht. Und hier haben wir wirklich einen Mülleimer, von dem man schwärmen kann. Mülleimer und schwärmen oder Mülleimer und schön schließt sich eigentlich aus, aber der ist es. Und vor allem auch komplett modern, weil Sie haben gesehen, Diana hat ihn gerade berührungslos geöffnet. Das geht einfach durch eine Sensortechnologie, also sobald Sie von vorne an den Mülleimer ranschreiten oder auch nur eine Handbewegung vorne dran machen, Sesam öffnet sich, geht er auf. Und dann haben wir oben gleich zwei Gammern. Und die eine finde ich besonders gut und ich mache ihn mal manuell auf, dass er offen bleibt. Ja, das können Sie auch jederzeit. Und dann haben wir hier ein kleines Fächchen drin mit drei Liter Volumen. Das ist für mich prädestiniert für Biomüll. Ja, weil Biomüll, Sie wissen das selber, wenn man nicht sofort wieder irgendwo anders entsorgt, fängt er an zu muffeln. Wenn man Pech hat, hat man auch noch so kleine, kleine Tierchen im Müll. Das ist hier ausgeschlossen, weil es einfach sauber ist. Zusätzlich haben wir ein zweites Fach hier oben für Ihren größten Müllbestand. Das kann Restmüll, das kann Papiermüll sein, das könnte aber auch der gelbe Sack sein. Sie sehen, das geht richtig tief hinunter. Und hier haben wir 48 Liter. So, da sind wir bei den ersten beiden. Aber jetzt können wir hier mal wieder schließen. Ich habe gesagt, ein komplettes Mülltrennsystem. Und jetzt schauen wir weiter nach unten. Wir sehen hier ein kleines Schubfach, wenn wir es aufmachen, zwei zusätzliche Eimer mit jeweils zwölf Litern Füllvolumen. Also hier auch wieder Restmüll, Papiermüll, gelber Sack, so wie es eben bei Ihnen an Häufigkeit vorkommt, einteilen. Und jetzt haben Sie nicht mehr vier Mülleimer zu Hause stehen, sondern einen einzigen. Und dieser eins, eins, eine einzige, der sieht auch noch herausragend aus. Und ist durch das berührungslose Öffnen, was wir hier nochmal tun können oder jederzeit tun können, auch noch sehr hygienisch. Sie wissen das vielleicht, einer der größten Keim- und Bakterienherde zu Hause ist nicht die Toilette. Nein, der Mülleimer ist viel, viel schlimmer. Aber wenn man ihn nicht berühren muss, ist das natürlich toll. Und stell dir jetzt mal vor, Diana, zu dir kommt Besuch. Und dann sagst du dem Besuch, ich muss dir meinen neuen Mülleimer zeigen. Ich glaube, den präsentiert man mit Stolz, oder? Ja, natürlich. Ich glaube, dieser Mülleimer sieht fantastisch aus, sehr, sehr praktisch. Sie können alles hier, zum Beispiel dieser kleine Verbiermüll, hier Restmüll, Papiermüll, Plastikmüll, alles auf einem Platz. Das ist sehr, sehr praktisch. Und natürlich mit dieser automatischen Öffnung. Sie haben keinen Kontakt mit Mülleimer, das ist sehr, sehr hygienisch. Zum Beispiel beim Kochen, das ist sehr, sehr praktisch. Also Hygiene spielt eine Riesenrolle, aber natürlich auch die Optik. Haben Sie vielleicht vier, fünf Mülleimer zu Hause stehen? Das haben nämlich die meisten. Das hier ist mit Sicherheit ordentlicher. Und heute auch im Preisanheim des Tages zu einem Preis, der so wahrscheinlich nie wiederkommen wird. Wir schauen gemeinsam auf pearl.de und sehen da einen schon sehr, sehr günstigen Preis mit 180 Euro. Aber hier und heute für Sie nochmal 30 Euro gespart. Und dieser Preis gilt nur, solange der Vorrat reicht. Und jetzt haben Sie vielleicht auch so einen großen Edelstahlkühlschrank. Und ich kenne viele, die sagen, oh je, ich weiß nicht, ob ich das nochmal kaufen würde, aufgrund der Fingerabdrücke. Aber hier ist da auch dran gedacht worden, weil da kann man ruhig mit den Fingern drauf. Ich gehe mal mit allen fünf drauf. So, jetzt beim Edelstahlkühlschrank sieht man hier jetzt normalerweise alle Fingerabdrücke. Da ist auch nochmal eine Spezialbeschichtung drauf. Fingerabdruck geschützt. Also das wird absolut minimiert. Aber bitte, bitte schnell sein. Die Nachfrage nach unserem Preissalarm des Tages ist schon riesengroß. Öffnen Sie den Deckel bzw. gehen Sie jetzt bitte schnell ans Telefon. Ja, und Sie rufen uns an. Telefonnummer 0151 151 und 3 mal 4. Bestellnummer NX 41 83 und die 569. Und heute Sie nutzen unseren Preis. Das ist sehr, sehr günstig. Heute nur 149,99 Euro. Also Sie müssen schnell sein und Sie bekommen diesen wunderschönen Mülleimer. Alles immer in ordentlich und praktisch. Ich wünsche euch viel Spaß.